Heute im Review die ST870GS von S&T, eine Gasstrotflinte. Zeit gespannt und freu dich drauf. Heute wird genau gesagt die ST870GS vorgestellt. Es gibt davon aber auch eine Long-Version, die dann hinten nicht mit S endet, sondern mit L. Es handelt sich hier um eine Gasschrotflinte, die am Griffstück mit Gas befüllt wird. Vielen Dank bei Gadi auch an dieser Stelle, dass Sie diese Software zur Verfügung gestellt haben, dass ich sie euch auch präsentieren kann. Die Packung selber ist sehr schlicht gehalten, ein stabiler Karton, nichts Besonderes dabei. So sieht er auf jeden Fall aus, wie ihr es mal gesehen habt. Dann gucken wir mal rein. Im Karton selber haben wir hier einmal die Gebrauchsanweisung, aber dort steht nichts Wichtiges drin, was wir auf jeden Fall brauchen. Die kann weg. Beim Messprotokoll können wir hier sehen, dass wir maximal 0,5 Joule haben. Eigentlich soll diese Gasschrotflinte mehr haben. Deswegen weiß ich jetzt auch hier nicht, mit welchem Gas gemessen worden ist. Daher müssen wir es einfach auch gleich selber testen. Nachdem wir den Schaumstoff weggenommen haben, haben wir hier einmal die Schrotflinte, wir haben hier ein paar BBs, drei Patronenhülsen und einen kleinen Speedloader. Wir fangen von vorne nach hinten an. Ganz vorne haben wir eine Kappe, die wir abschrauben können. Hier kann man dann unter Umständen die Patronenhülsen theoretisch quasi lagern. Hier ist ein großer Hohlraum, wo, ich würde mal sagen, hier geht, ja, eine Patrone geht hier rein. Das können wir auch mal gleich testen. Patrone, rein, schließt ziemlich bündig ab und dann wird die einfach zugeschraubt. Somit können wir quasi immer eine mitnehmen. Wobei ich jetzt diese Form der Transport nicht besonders clever finde. Also vielleicht, um auf Spiefeld zu gehen, aber auch das finde ich nicht besonders clever. Aber ich würde hier niemals eine Patronenhülse reinmachen, um dann auch im Spiefeld das aufschrauben, raustun und dann durchschlagen. Dann haben wir vorne einen kleinen Handgriff. Um diesen zu öffnen, braucht man ein bisschen Kraft, beziehungsweise muss man schauen, in welcher Position man das sucht. Wenn man jetzt ohne Repetieren den Handgriff lösen möchte, dass er nach unten geht, muss man das hier festhalten, ziehen und nach vorne klippen. Dann ist auch noch kein Schuss und ist noch nicht durchgeladen. Um dann nachzuladen, wird einfach der Repetiervorgang gemacht, nach hinten gezogen, bis es knackt, das merkt man dann auch, ganz nach vorne und dann kann abgedrückt werden. Was auf jeden Fall auffällt ist, durch den Repetiervorgang, hier läuft der Metall auf Metall, der untere Bereich hier schabt sich schon die Farbe ab. Das sieht man auf jeden Fall. Ich glaube auch auf Dauer wird das relativ schnell hier gehen mit der Farbe. Das ist aber jetzt nicht unbedingt tragisch, das ist eh eine Schrotflinte, die muss repetiert werden und ein bisschen Just-Look hat noch nie geschadet. Beim Repetiervorgang gibt es ein kleines Gimmick. Wenn man komplett repetiert, achtet mal auf das Schussfenster. Das geht auf und wieder zu. Soll jetzt so ein bisschen nach der Realität widerspiegeln vom Ladevorgang. Normalerweise würde man jetzt die Hülse sehen. Hier ist es aber folgendermaßen. Nach hinten repetiert geht hier hinten das Fenster komplett auf und hier könnt ihr nämlich von 3 auf 6 Schuss wechseln. Wenn ihr den Schieber zu mir zieht, nach hinten raus, habt ihr 3 Schuss, klickt ihr das nach vorne, habt ihr 6 Schuss. An Markings haben wir hier vorne Begadi, den Importeur, Kaliber 6mm, das FM5-Eck, weil wir hier eigentlich über 0,5 Joule haben. Und hier nochmal die Beschreibung, eine ST-870GS. Ansonsten an Markings haben wir hier nochmal eine Seriennummer, ST-blablabla, Riesennummer, ist es nicht unbedingt wichtig. Um eine Patrone reinzumachen, haben wir hier unten diesen kleinen Mini-Hebel. Der wird gedrückt, dann öffnet sich das Fenster. Danach könnt ihr eine Patronenhülse, ist leer, könnt ihr reinschieben, dann reinklacken lassen und das Fenster komplett schließen. Somit ist die Waffe quasi dementsprechend, wenn jetzt geladen wäre, nach einem Repetiervorgang die Waffe scharf. Um die Hilse wieder auszuwerfen, drückt ihr hier, dann öffnet sich das Fenster und die Patrone fällt raus. Manchmal ist es so, dass man hier ein bisschen knackiger drücken muss, ein bisschen fester, dann kommt sie erst raus. Dann drückt man hier ein bisschen zu zaghaft, ist es meistens so, dass die Patrone einfach drin bleibt. Also einfach ein bisschen hier mit ein bisschen Druck, ein bisschen Zug und dann kommt sie auf jeden Fall auch raus. Hier hinten haben wir dann die Möglichkeit einen Sling zu befestigen, um die Waffe dann auch mit Sling am Körper zu tragen. Um die Schroffinde mit Gas zu befüllen, haben wir den Tank im Griff integriert. Das heißt, hier unten haben wir ein kleines Löschlein, könnt ihr wahrscheinlich sehen. Hier wird das Gas angesetzt und dann wird der Gaskrank voll gemacht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Schuss hier möglich sind. Man könnte das jetzt testen, aber dann würde ich mich wahrscheinlich dumm und dämlich repetieren. Ich habe vorhin einfach mal versucht, den Gastank leer zu bekommen und habe nach ungefähr, ich glaube, 30, 40 Repetiervorgängen einfach aufgehört. Also der Gastank ist relativ groß, natürlich witterungsabhängig, wenn wir es sehr warm haben, werden wir mehr Schuss rausbekommen, höchstwahrscheinlich. Ist es kalt, werden wir weniger bekommen, weil Gas einfach an Druck verliert. Die Gesamtlänge der Schroffinde beträgt 450 Millimeter und das Gewicht beläuft sich auf 1850 Gramm. Eine Schelle, die wir in die Schroffinde laden können, fasst 30 Schuss und mit 30 Schuss, wenn wir auf 3 Kugeln pro Schuss gestellt haben, haben wir 10 Schuss quasi, jeweils 3 Kugeln rauskommen. Schalten wir aber hier drin um auf die 6 Schuss, also indem wir nach vorne klicken, so wie jetzt, dann haben wir nur 5 Schuss, also die Hälfte weniger. Die Lauflängen der Schrofflinden betragen 160 Millimeter mal 30, das sind ja 3 Läufe. Dementsprechend ist die Genauigkeit, die Präzision wahrscheinlich nicht so immens, aber das ist ja auch eine Schrofflinde, an sich auch eine Art abgesägte Schrofflinde oder es ist eine abgesägte Schrofflinde und die ist nicht dafür da, um auf 70 Meter Leute rauszuholen. Wir haben hier die Auto-Trigger-Funktion, bedeutet, wenn ihr den Abzug haltet und repetiert, am Ende des Repetiervorgangs löst sich der Schuss mit jedem Fall. Somit kann man relativ schnell triggernd bzw. schießend um die Ecke gehen und eine Menge Kugeln verballern. Ob der andere das da mag, ist eine andere Sache. Der Griff selber besteht aus robustem Polymerkunststoff und der Rest der Waffe besteht aus Metall. Vorne der Griff ist zum Beispiel aus Aluminium. Dann haben wir noch eine Sicherung, man kann es ganz gut sehen. Wenn man das Rote sehen kann, hier an der Seite, dann ist die Waffe quasi nicht gesichert, man kann jederzeit drücken. Drückt man auf der Seite rein, dann verschwindet das Rote hier an der Seite, auf der Seite ist auch keins und somit ist die Waffe gesichert. Jetzt kommen wir zum Kronotest, befüllen werde ich die Schrofflinde mit Brotec Cream Gas. Ist ein relativ starkes Gas und schauen wir mal, was für Toolwerte wir mit 3 Schuss pro Abzug und 6 Schuss pro Abzug rausbekommen. Um die Schrofflinde mit Gas zu befüllen, haben wir unten wie gesagt die Nippel. Wir halten die Waffe einfach am Griff, verkehrt herum, nehmen das Gas, schütteln ein, zweimal, setzen an und warten, bis das Gas an der Seite ein wenig entweicht. Dann wissen wir, der Gastank ist voll. Wir kronen die Schrofflinde mit 0,2 Gramm BBs und jetzt auf 3 Schuss gesetzt. 0,32 0,55 0,53 0,52 0,51 0,53 Nun kronen wir die Schrofflinde mit 6 Schuss pro Abzug und wieder einen vollen Tank mit Green Gas. 0,53 0,32 0,47 Wie ihr sehen könnt, hatten wir die Toolwerte von durchschnittlich 0,5 Joule mit 3 oder auch 6 Schuss pro Repetiervorgang. Wir hatten jetzt unten 22,2 Grad. Denkt immer dran, das ist Gas. Es ist sehr, sehr abhängig von der Toolstärke, wie die Temperatur ist. Wenn ihr auf dem Spielfeld zahlt, wo wir 30, vielleicht sogar mehr Grad haben und die liegt vielleicht in der Sonne, dann wird das Gas warm und dadurch bekommt es mehr Druck. Dann werden aus 0,5 auch mal ganz schnell 0,7. Das ist eben das Tückische bei Gas oder beziehungsweise das, was man nicht vorhersagen kann, weil es einfach temperaturabhängig ist. Wir hatten es jetzt mit dem Green Gas gemessen, um die 0,5 Joule zu bekommen. Wir haben auch noch mal hier das Low Light Gas benutzt, um noch mal versuchen, was man weniger erreichen kann. Dann hatten wir 0,35 bis maximal 0,4 Joule. Dann sollte auch im Sommer bei sehr heißen Tagen, wo wir vielleicht dann 30 Grad haben, auch die 0,5 nicht geknackt werden. Natürlich ist es so möglich, hier auch stärkeres Gas reinzumachen. Ihr könnt hier Nuprol 4.0 reinmachen, theoretisch. Ob die Systeme und wie weit die Dichtung das mitmachen, kann ich hier keine Garantie geben. Deswegen würde ich es lassen. Ich würde bei Green Gas bleiben. Das reicht auch locker aus. Auf die Plane gezielt. Ich werde gleich vergewaltigt. Jetzt ziehe ich mal vorne auf den Boden. Ach, Alter! Aber die eine Kugel wäre ja fast da oben weggegangen. Auf jeden Fall 0,20er funktioniert nicht. Gewicht ist zu wenig. Da kommen jetzt 0,25er rein. Jetzt 0,25. Von hier ziehe ich auf die Plane. Guck mit der Kamera auf die Plane. Ja. Oh. Ziehen aber auf. Da könnten sogar wahrscheinlich 0,30 sogar rein. Die hast du aber nicht mehr dabei. Machen wir mal auf 6 Schuss. Gucken, was passiert. Jetzt sind ja noch 3 drin. Mal tiefer gezielt, dann geht es aber. So, jetzt 6 Schuss. Ja, bei 6 Schuss. Dann haben wir keinen Oberhop. Dann geht die Party wieder runter. Ja. Ja, ist mehr leer. Was ist denn, wenn du 0,20er mit 6 Schuss machst? Habe ich probiert, dasselbe Ergebnis auch Riesen-Overhop. Verhältst du sie? Hm? Verhältst du sie? Schon ein geiles Ergebnis, ne? Wenn ich jetzt hier gute Reihen mache, ein bisschen. Brauche ich auch keinen Tracer und so. Soll ich ausmachen? Was? Äh, habe ich gerade den Lauf geguckt? Nein. Na? Was ist gut oder lustiges? Äh, von meinem Review. Was ist denn los, Junge? Was ist denn los hier? Hit. Oh, du. Ja, er ist nicht rausgegangen. Ja, er ist nicht rausgegangen. Auf ihn. Auf ihn, auf ihn. Nein, nein, nein. Hit. Sauber, Fleck-Moto. Schufel, der macht ja mega Laune. Geiler Scheiß. Adi, ist so geil. Echt? Ja. Kommen wir nun zum Fazit. Großen Contra. Pro Nummer 1. Die Waffe ist, obwohl sie sehr kurz ist und auch drei Läufe hat, relativ präzise. Wir haben auch 25 Meter eine maximale Streuung gehabt von ungefähr dem Torso. Pro Nummer 2. Die Shotgun ist unfassbar flexibel. Also hier um die Ecken zu kommen und so weiter, ich habe mich gefühlt, als hätte ich eine kleine Pistole in der Hand gehabt. Pro Nummer 3. Da es eine Gasschrottflinte ist, ist das Repetieren unfassbar einfach und somit ist das Spielen auch wirklich eine schöne Erfahrung, kann ich jedem anzulegen. Pro Nummer 4. Wir bekommen sie mit sehr leichtem Gas auf jeden Fall unter die 0,5 Joule. Somit ist sie sogar auf 0,5 Spielfeldern möglich zu spielen, was es wirklich sehr schön macht. Und wir können natürlich auch stärkeres Gas reinmachen und können sie dann dementsprechend auch auf größeren Spielefeldern benutzen, um vielleicht dort durch Gebäude durchzugehen. Nun kommen wir zu den Contras. Kontrapunkt Nummer 1. Obwohl die Shotgun relativ kurz ist, wäre es trotzdem schön gewesen, wenn wir hier eine Rail drauf gehabt hätten, um vielleicht nochmal ein kleines Retort oder Mikroretort drauf zu machen, um damit besser zielen zu können. Kontrapunkt Nummer 2. Der Gastrang ist relativ klein. Wir kriegen hier ungefähr drei Shells durch, dann muss mit Gas nachgeladen werden. Sonst ist der Druck zu gering und die Kugeln haben keine starke Wirkung mehr und der Gegner wird sie auch nicht mehr spüren. Abschließend kann man folgendes zu dem Produkt sagen. Die Waffe kostet 174,90 Euro und für diesen Preis bekommt man wirklich ein tolles Produkt. Es macht unfassbar viel Spaß zu repetieren, damit zu spielen. Die Nachteile mit dem Gastank kann man beheben, indem man einfach nur mit HPA arbeitet. Dann ist natürlich der Gastank dementsprechend überflüssig und man spielt über einen Schlauch. Ich persönlich würde mir so einen Shotgun auf jeden Fall zulegen, wobei ich ein sehr schneller Spieler bin. Und der Nachteil mit dem kleinen Tank ist schon vorhanden. Sehr zu empfehlen ist diese Shotgun auch unter dem Umständen, wenn man sie als Backup nutzen möchte. Weil drei Shells, die neben einfach am Körper irgendwo befestigt, man spielt, man geht auf engen Raum rein und nimmt dann die, da sie auch wenig Joule hat. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal auf dem Spielfeld mit dieser schönen, wunderschönen Waffe.